Es ist Oktober und das bedeutet, es ist an der Zeit, die Kunden in die Sportgeschäfte zu locken und die teuerste Skitouren-Ausrüstung, die es überhaupt gibt, an den Mann zu bringen. Vor allen Dingen bei der Bekleidung ist das eine richtige Frechheit. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass es für uns an der Zeit ist, euch vor Bullshit-Preisen zu warnen und euch günstige Alternativen vorzuschlagen. Los geht's! In erster Linie beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Bekleidung. Was ist eigentlich das Problem? Bekleidungshersteller der ganzen Welt haben es sich zur Aufgabe gemacht, diese ehemals nischige Sportart Skitouren-Gehen zu einem großen Trend-Burner zu machen. Das hatte zur Folge, dass diese Hersteller sich eine eigene Rubrik in ihrer Bekleidung geschaffen haben, nämlich die Skitouren-Hosen und die Skitouren-Jacken. Diese werden zu horrenden Preisen, 600 Euro für Skitouren-Hosen oder 700 Euro für Skitouren-Jacken verkauft und es gibt immer mehr Leute, die der Meinung sind, sie brauchen das. Das Ganze basiert auf einem langen Marketing-Konstrukt vieler verschiedener Marken, die gemeinsam mit Sportgeschäften versuchen, dieses Bedürfnis zu kreieren und vor allen Dingen diese Notwendigkeit von Skitouren-Bekleidung. Jetzt ist natürlich meine Frage, wie haben es eigentlich die Leute vor 20 Jahren geschafft, auf Skitouren zu gehen ohne diese unglaublich tolle Funktionsbekleidung für 700 Euro? Vor allen Dingen 700 Euro ist unfassbar viel Geld. Dafür bekomme ich schon Ski und Bindung bzw. einen richtig, richtig professionellen Skitouren-Schuh. Warum soll ich für eine Jacke so viel Geld ausgeben? Mit diesem Schwachsinn beschäftigen wir uns heute und für alle Markenbotschafter unter euch und alle Fans von solch einer Ausrüstung, das wird kein Video, das euch gefallen wird. Denn ich werde euch zeigen, was eigentlich hinter diesen Jacken und hinter diesen Hosen steckt und ob der Preis gerechtfertigt ist, das möchte ich gleich vorwegnehmen. Nein, ist er nicht. Skitouren-Jacken sind dafür bekannt, dass sie Gorotex Pro Material verwenden. Gorotex Pro ist eine super spezielle Membran, die darauf ausgelegt ist, erstens extrem abriebfest zu sein und zweitens extrem wasserabweisend und wasserdicht. Nur der Witz ist, Gorotex Active ist das auch. Nur ist Gorotex Active nicht so abriebfest, denn es ist halt eine stinknormale Jacke, die dreilagig ist und dementsprechend auch schon etwas teurer, aber ausreichend für eine Skitour. Denn der Witz ist der, ich gehe auf einer Skitour selten im Mixed-Eis-Gelände, wo ich wirklich mit der Jacke am Fels herumreibe und Angst und Sorge haben muss, dass ich mir die Jacke irgendwo zerreiß. Also persönlich, wenn ich auf eine Skitour gehe, dann gehe ich eher im gemütlicheren Gelände oder im steilen Gelände und trotzdem habe ich keinen Felskontakt. Das heißt, die Frage ist, rentiert sich dieses Gorotex Pro eigentlich, dass man da teuer bezahlt? Nein, tut's nicht. Was ist die Alternative? Die Alternative sind klassische Hardshell-Regenjacken in einer dreilagigen Konstruktion mit Gorotex Active Membran. Das reicht vollkommen aus und kostet in der Regel nur die Hälfte. Tatsächlich stimmt es aber, dass Skitournjacken meistens ein Innenfutter haben, das ein bisschen wärmer ist, als es eine normale dreilagige Regenjacke sein könnte. Deswegen Merino-Unterwäsche dazu. Merino-Unterwäsche hat vor allen Dingen den Vorteil, dass wenn es doch nicht so kalt ist, wie erwartet, sondern die Sonne dann doch noch kommt und es wärmer wird, dann ziehe ich die Merino-Unterwäsche drunter einfach aus und bin gut belüftet. Das Argument für Skitournjacken, dass sie super Belüftungsschlitze haben, extrem spezielle Taschen etc., das ist Müll. Dreilagige Regenjacken, also Regenjacken für den hochalpinen Raum mit Gorotex Active Membran und einer entsprechend intelligenten Konstruktion, haben all das genauso. Belüftungsschlitze in einer Regenjacke vorhanden, schlaue Taschen, Brusttaschen, damit man trotz Gurt drankommt, in einer Regenjacke vorhanden und die Regenjacke kostet trotzdem nur einen Bruchteil. Zum Beispiel gibt es hier von Salewa die Padrock 2 GTX, das ist eine Regenjacke, die darauf ausgelegt ist, dreilagig mit Gorotex Active Membran für den hochalpinen Raum auch bei richtig schlechtem Wetter eingesetzt zu werden. Dazu noch von Icebreaker oder Ottovox eine Merino-Skiunterwäsche und man kommt auf 350 bis 400 Euro statt 700 Euro für eine viel unflexiblere Skitournjacke. Zum Thema Hosen gibt es ganz ähnliche Kniffe. Ich zum Beispiel trage gerade eine Hochtourenhose, die kann ungeschaut als Skitourenhose herhalten. Der Unterschied zwischen Skitour und Hochtour ist sowieso nicht so ganz klar, denn bei einer Hochtour ist man relativ weit oben, sodass es meistens kalt ist. Bei einer Skitour ist man meistens nicht so weit oben, dass es meistens etwas wärmer ist als es im Winter üblich wäre. Das heißt, man kommt ungefähr auf ähnliche Temperaturen. Bei richtig ekelhaften Bedingungen wird es eben kälter. Aber auch hier wieder, eine Hochtourenhose ist meistens zu dünn, um als Skitourenhose verkauft werden zu können. Deswegen entwickelt man Skitourenhosen mit einem Innenfutter, Vlies und so weiter für 600 Euro. Weg damit, sage ich. Und stattdessen einfach eine Hochtourenhose etwas dünner, aber abriebfest und wasserabweisend kaufen und dafür eine Merino-Unterwäsche wieder drunter anziehen. Wer jetzt sagt, ja, aber ich bin so erfroren, ich brauche unter einer normalen Skitourenhose schon Merino-Unterwäsche, gar kein Problem. Merino-Unterwäsche und dann gibt es zusätzlich noch Leggings, übrigens auch für die Herren, auch wenn das dann wirklich sexy ausschaut. Einfach nochmal drunter anziehen, das sollte unter die Hochtourenhose problemlos drunter passen. Und die Hochtourenhose sollte auch über die Stiefel passen, denn in der Regel haben Hochtourenhosen die Möglichkeit, unten etwas wegzuzippen, beziehungsweise per Reißverschluss zu verbreitern und dementsprechend passt es dann auch über den Stiefel drüber. Ich mache es persönlich nicht anders, denn ich sehe nicht ganz ein, warum ich für eine Skitourenhose 600, 500, 600 Euro bezahlen sollte, wenn ich es auch billiger haben kann. Denn meine Hochtourenhose hat 180 Euro gekostet und die Merino-Unterwäsche hat 90 Euro gekostet und damit bin ich bei deutlich weniger Geld, als ich für eine Skitourenhose jemals ausgeben würde. Und man kennt es, jetzt hat man so viel Geld herumliegen und weiß einfach nicht, was man damit machen soll. Und jetzt kommt ihr sicher zu mir und schreibt mir in die Kommentare, aber Sebastian, liebe Alpenacademy, jetzt habe ich so viel Geld und ich hasse es, so viel Bares bei mir zu führen. Ich will es unbedingt irgendwo ausgeben. Wer kennt es nicht? Das könnt ihr definitiv irgendwo besser investieren, als in solche Bekleidungsgegenstände, die einfach schwachsinnig sind. Zum Beispiel in eine bessere und solidere Bindung. Zum Beispiel vielleicht in eine Bindung, die sowohl für die Piste gedacht ist, also Skistopper integriert hat und trotzdem aber auch für Touren gedacht ist. Vielleicht investiert ihr es in etwas leichtere Skitourenstöcke oder einfach in bessere Ski. Wobei selbst da, muss ich sagen, wenn du ein Anfänger bist, dann brauchst du auch keine Ultra Light Dynafit Ski und du brauchst auch keine 120 Millimeter Freeride-Bretter, sondern dann brauchst du ein durchschnittliches, solides Einsteigerpaket. Also auch hier nicht zu viel Geld liegen lassen. Sondern das ganze tolle, ersparte Geld einfach in richtig passende, bequeme und für deinen Anspruch gerecht werdende Schuhe stecken. Denn diese Tourenskischuhe, die sind die Dinge, die am meisten wehtun können und die am meisten ausmachen, ob eine Tour Spaß machen wird oder nicht. Deswegen lass dich nicht von den Sportgeschäften verarschen und vor allen Dingen lass dir nicht einreden, dass du diese Bekleidung brauchst. Niemand, wirklich niemand von den Bergsteigeranfängern, auch nicht im Winter und wir richten uns hier an Anfänger, wie unser Name schon sagt, braucht Ausrüstung für dieses Geld. Wenn du so viel Geld hast, dass du es ausgeben könntest, investiere es in Ausrüstung, die es tatsächlich ausmacht und nicht in Kleidung. Denn, wie gesagt, vor 20 Jahren wurden dieselben Skitouren gemacht, wie heute. Sie haben es auch überlebt. Komisch. Natürlich ist das ein unbeliebter Standpunkt bei allen Markenbotschaftern und bei allen Markenfans und allen, ich brauche deine Fit-Ausrüstung, ich brauche diese Ottovox-Jacke, es muss das sein und alles andere ist scheiße. Das Problem ist auch, dass viele in der Öffentlichkeit stehende Alpinisten von Marken gesponsert werden und die können sich natürlich nicht hinstellen und sagen, ja, ich werde von Mammut gesponsert, das Problem ist nur, ich finde Mammut eigentlich ziemlich teuer. Das wird halt niemand machen und genauso ist es auch auf YouTube, da wird man dann gesponsert von Deiner Fizza, Leber und Co. und in Wirklichkeit braucht man diese Gegenstände eigentlich nicht, aber dadurch, dass sie die Vorbilder oder die, die man eben zuschaut, dann anhaben, führt es automatisch dazu, dass man glaubt, dass man das auch braucht. Das ist nämlich der Witz hinter diesem ganzen Sponsoring. Für weitere Fragen stehe ich gerne in den Kommentaren zur Verfügung. Ich möchte aber keinen Markenkrieg ausbrechen, deswegen sachliche Fragen zum Thema Bekleidung könnt ihr gerne in den Kommentaren stellen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt und den Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal, wie immer, bergheil.